1, 2, 3, also beim Hürden folgt der Boden. Rausreißen, wenn wir lustig sind, können wir immer noch. Es ist schließlich Minecraft. Dann machen wir es so. Aha, der Zugang von außen. Na geil, ein paar Retrowave Wipes, aber warte mal, guck, das ist dann im Mittel. Es sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, das ist schon mal symmetrisch, bin ich sehr stolz. Alles gut. Ach ja, das ist genau. Macht schon Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mehr Breite. Ja, das passt, das passt, alter gut. Nicht zerdenken. Abstürz. Und dann, ja. 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ich würde tatsächlich gerne mal League starten, aber... Ich habe noch nie in meinem Leben dieses Spiel gesagt. Ich habe gestern so kurz ein Video dazu angeschaut und es sagt ja, was eher Tower Defense mäßig ist. Na, vorbei nochmal, was wir haben. Dann geht es ja direkt fröhlich weiter, das ist doch auch nicht schlecht. Hier und hier. Und dort ein Fäckelchen. Und schon ist der Kellerraum ordentlich ausgeleuchtet und der zweite Stock ist auch schon im Entstehen begriffen. Hallo Skeletor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ja, ja, ich glaube... Da muss die Nische jetzt nicht unbedingt sein. Und wenn, dann fällt mir vielleicht noch was ein, um den Spaß zu optimieren. Skeletor? Was? Skeletor? Was? Was? Skeletor? Not. Aber den Finsteren bestieren müssen wir uns im Kampf stellen. Spinny. Spinny. Die glitscht da unten rum. Spinny. Spider. Und dann. Warten wir. Hallo Spinny. Jump, 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 jump. Spider-Jump. Spinny und ich gehen ja ordentlich zur Musik ab. Und naja. Glaub. Demnächst werde ich auch ein kleines Päuschen einlegen. Einfach um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ach. Ne. Ne. Ich lass die Spinne in Ruhe. Ich bin hier in deiner Zivilisation gelandet. ganz ungeahnt rein gespawnt. Und ja. Die Größe der neuen Tag. Das möchte ich tatsächlich vom... vom Dach aus machen den neuen Tag grüßen. Der sinkende Mond. Drummer. 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 Chump, 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 chump. Genau Spinne. Mach's vor. Und der neue Tag ist da. Die verwesten Gestalten, die unsere Hausbelehrer empfangen an zu brennen. Und... lösen sich bald in Asche auf. ... Tja, Spinne. Das war jetzt die Lektion. Leg dich nicht mit mir an, du zählst in Kürzeren. Dein Leben hin quasi am seidelnden Faden. Noch eine Spinne? Wir sind wie bei Twilight Zone. Ich dachte schon, dass da jetzt noch eine Spinne lauert. Wir sind weiter. Wir haben den Keller neu ausgehoben und erweitert. Und auch unsere Lagerregale ein bisschen eingeräumt. Lagerregal? Egal. Genau. Mit Blick auf das bunte Treiben hier beende ich mal die Aufnahme und sag bis später. Ade. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme. Bye. Bye.